Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Let's Play Single LS17 aus dem Inntal in Oberbayern. Wie ihr am Thumbnail bzw. am Titel schon gesehen habt, dieses Projekt ist mit dieser Folge zu Ende. Ich wollte es nicht einfach schnipp und Ende, sondern ich wollte da noch ein kleines Infovideo zu machen. Ihr wisst, warum das Projekt aufhört. Und der Hauptgrund, warum die Inntal aufhört, ist einfach, dass es die Inntal 4.0, die Version, auf der ich hier spiele, nicht zum Download gibt. Die Version gab es nur in dem Forum von Techmania. Techmax ist ja der Modder von der Map, von der Inntal 4.0. Und der hat aufgehört. Man erreicht ihn nicht mehr. Und dementsprechend kann man die 4.0 nicht mehr downloaden, die Version. Man kann nur noch die 3.6.2, kriegt man über Forbidden Mods noch. Weil damals eine Kooperation mit Techmax und Forbidden Mods war. Dementsprechend gibt es dann noch die Map in der 3.6.2 Version. Aber die 4.0 halt nicht mehr, auf der ich spiele. Und es gibt die Inntal Reloaded, ja. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich spiele Maps immer gerne vom Urmodder weiterentwickelt und nicht von irgendwem weiterentwickelt. Das hat nichts mit den Leuten zu tun. Die Inntal Reloaded ist bestimmt eine schöne Map. Sondern das geht mir dabei ums Prinzip. Das ist einfach so mein Prinzip, meine Einstellung dazu. Wenn, dann im Original. Und dementsprechend werde ich nicht auf die Reloaded wechseln. Es ist kein offenes Geheimnis, wohin wir gehen. Da heute der letzte Tag ist oder die letzte Folge ist. Gestern kam die Stappenbach raus. Wir werden ab morgen, Mittwoch, auf der Stappenbach spielen. Oder da werden wir anfangen, werde ich anfangen. Quasi, ja, Übernahme des Hofs. Und die ersten Arbeiten da beginnen, denke ich mal. Mal gucken, wie es so wird. Stappenbach ist quasi mir persönlich ein gutes Einliegen, dass die rauskommt. Oh, wir schauen mal, wie es wird. Also, ihr könnt euch freuen. Also, wer die Inntal schon gut fand. Ich habe ja rausgelesen, oder ich lese ja in den Kommentaren immer gerne raus. Die Anfänge auf der Inntal haben euch besser gefallen als zum Ende hin. Also, je moderner es wurde, desto weniger hat es euch gefallen. Ich habe ja schon mal in dem einen oder anderen Inntal-Video ein bisschen was durchblicken lassen über den neuen Hof, der kommen wird. Und wer da fleißig aufgepasst hat, der weiß, worauf das in der Stappenbach hinausläuft. Und dementsprechend könnt ihr euch darüber freuen. Oder könnt darauf gespannt sein. Morgen Abend? Mittwoch? Kommt die dann? Ja, ich denke mal, ihr werdet euch freuen. Wie gesagt, damit wird das Inntal-Projekt offiziell geschlossen. Bedeutet im Umkehrschluss auch, keine weitere Folge Inntal. Auch in Zukunft nicht. Es sei denn, es gibt irgendwann mal von TechMax selber eine ganz überarbeitete Version. Dann ist es was anderes. Dann ist es eine Überlegung. Aber bis jetzt, jetziger Stand, wird es keine weitere Folge Inntal in Zukunft geben. Im LS17. Was muss ich noch erwähnen? Lisa kommt mit. Hatte ich euch ja gesagt. Sepp und Herbert bleiben hier. Herbert kommt vielleicht ab und zu mal so als kleiner Springer mit rüber. Lisa kommt fest mit rüber. Naja, der Hof. Im Moment ist das Geld oben noch auf dem Konto. Das wird jetzt quasi, sobald das Kamerateam gleich weg ist, überwiesen. Und viele Maschinen nehmen wir nicht mit. Also wir nehmen gar keine Maschinen mit. Wir gehen komplett neu rüber. Neuer Fuhrpark. Neue Arbeiten. Neues Aufgabengebiet. Ja, so kann man es sagen. Den Hof quasi retten. Und dann hoffe ich, dass ihr alle im nächsten Part wieder dabei seid. Beziehungsweise ab der Stappenbach. Und bitte, Leute. Schreibt jetzt hier nicht drunter. Macht doch die Inntal weiter. Ihr wisst. Oder viele von euch wissen, warum ich wechsle. Die Inntal gefällt mir super. Nach wie vor. Der Grund ist halt bloß, ich möchte gerne mit Mods und auch mit Maps spielen. Die jeder Zuschauer, jeder Mensch downloaden kann. Und zwar ohne. Ohne, dass er, ja, was dafür bezahlen ist. Doof. Klingt jetzt doof. Aber ohne, dass er irgendwelche Umwege gehen muss. Irgendwo eine Nachricht hinschicken muss. Oder sonst was. Ich möchte einfach mit Sachen spielen, die jeder downloaden kann. Und die Inntal 4.0 kann nicht jeder downloaden. Und damit ist es für mich Fakt, dass ich diese Map wechsle. Nun haben wir lange gewartet, dass eine Ersatzmap kommt. Jetzt kam sie. Jetzt wechseln wir. Das ist der Hintergrund. Gut, liebe Lüte. Ich würde sagen, das soll es mit diesem kurzen, kleinen Abschiedsvideo von der Inntal 4.0 sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ein Abo, einen Daumen hoch unter dieses Video. So als Abschluss. Wenn ihr nochmal fleißig euer Däumchen da lasst. Schreibt gerne einen Kommentar rein. Auch vielleicht, was euch an der Inntal am besten gefallen hat. Was vielleicht im nächsten Teil noch ein bisschen dazukommen könnte. Kann ja auch sein, dass ihr irgendwas ändern wollt. Oder geändert haben möchtet. Wie gesagt, meine Entscheidung, was geändert wird. Aber ihr könnt gerne mit Teilhabens reinschreiben. Ich lese jeden Kommentar. Seht ihr immer am Däumchen, was ich die Kommentare gebe. Von daher. Immer schön freundlich in den Kommentaren bleiben. Immer schön liken. Immer schön Abo dalassen. Und dann sehen wir uns frisch. Morgen. Aus Stappenbach. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Eine schöne Nacht. Einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Und sag. Bis ein Ort weiter in Stappenbach.